Lina Larissa Strahl und ihr Freund Tilman Pörzgen sind aktuell im Urlaub und haben sich den Spaß erlaubt, ein Rätsel daraus zu machen, wo genau sie sich befinden. Ein Fan glaubt, in Ibiza das Ziel gefunden zu haben. Allerdings läuft es für das Duo aktuell nicht so toll, wie die Sängerin via Insta-Stories verraten hat. Kleines Update. Wir haben ein Abwasserproblem und das ganze Zimmer stinkt super, 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 super toll. Wir wollen aber nicht umziehen, weil es ist ein super schönes Zimmer. Na hoffentlich legt sich das Problem recht schnell. Derweil gab es gute Nachrichten seitens der 19-Jährigen. Ihr neues Album Ego erscheint am 3. November dieses Jahres und es gibt einen gemeinsamen Song mit Tilman. Bis auf den Gestank also wundervolle Nachrichten. Genießt den Urlaub, ihr beiden! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren.